Hallo und herzlich willkommen zu euch zu Naruto Shibu und Ulti bei Ninja Storm Revolution. Wir nehmen hier heute mal Ino Shikacho. Das ist eigentlich ein gutes Team. Ich mag das Team sogar hier in dem Spiel. Ist gar nicht mal so schlecht. Ulti habe ich jetzt vielleicht nicht so wirklich oft eingesetzt, weil ich eher seltener damit treffe. Ich weiß gar nicht, wie der Aufbau nochmal davon ist. Also was die genau machen jetzt, währenddessen ich das starte. Aber ich kann es ja mal versuchen. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Mein Gegner ist auf jeden Fall jemand, den ich auch aus den Streams kenne, der war aber auch schon eine Weile nicht mehr da. Aber ich kenne ihn noch vom Namen her. Mal gucken, wer besser ist. Schauen wir mal. Ich glaube, der war gar nicht mal so schlecht. Der RaverPower15. War das nicht auch ein Turnierteilnehmer damals bei dem TNS-Turnier? Also an die meisten kann ich mich noch erinnern. Auf jeden Fall. Da kann ich mich noch erinnern, aber RaverPower... Ich bin mir gerade nicht sicher. Kannst du dir mal in die Comments schreiben, wenn du das sehen solltest. So, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Minatokul. Ah, okay. Schauen wir mal. Wir können ja mal was machen. Und zwar könnt ihr mal, wenn ihr alle Marathon-Videos anschauen wollt, wenn ihr das natürlich vorhabt, dann können wir es ja mal so machen. Ihr schreibt in die Kommentare des letzten Marathon-Videos, welcher Charakter am öftesten gemaint wurde. Also als Maint-Khalter gemaint wurde. Das könnt ihr mal reinschreiben. Das würde mich mal nämlich interessieren. Ich würde es nämlich nicht zählen. Zu faul. Aber das ist eine Aufgabe für euch. Das dürft ihr gerne mal machen. Also im letzten Video dann. Schreibt ihr das mal rein. Gucken wir mal. Was hat er noch abgefloppt? Boji? Thank you. Ah, fuck. Treffen. Nein, 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 nein. Das gibt es nicht, dass der mich jetzt noch getroffen hat. Aber okay. Ich hätte es nicht machen sollen. Treffen. Das gibt es nicht. Wie ich das hasse. Wirklich. Vorm Gesicht, Alter. Bleibt ihr stehen, ey. Warum geht er nicht noch einfach einen Millimeter weiter? Ja, natürlich. Jetzt ist er auch noch Rage-Mode. Das ist doch freundlich, aber ich finde die auch super. Alles klar. Wer hat er mich jetzt damit betroffen? Treffen. Treffen. Oh, das wäre so episch gewesen. Also mit deiner Nahkampfattacke kannst du vergessen, dass du mich damit triffst, ey. Alles klar. Scheiß Naruto, ey. Wirklich. Oh, Mann. Ich kann den Minato überhaupt nicht spielen. Ich mag den überhaupt nicht. Ich finde es total bescheuert, dass er so ein komisches Moveset hat. So, schauen wir mal, ob ich damit... Ja, scheiße. Ah, fuck, ey. Das wird ein knapper Kampf. Man kann es auch gewinnen, aber wird schwer. Na, scheiße. Ich habe gar keinen Tauschbalken. Mann, Inu, ich wollte gar nicht so weit oben parten. Was machst du? Du zerstörst meinen Kampf. Ja, ich habe... Ne, das gewinne ich gar nicht mehr. Der ist einfach zu gut mit Minato. Oder ich bin einfach zu schlecht mit Chikamaru. Eigentlich wollte ich ja noch meinen Ulti testen, ob ich es nicht kriege. Versuchen wir es jetzt noch. Was machen die da eigentlich? Ah, okay. Inu wirft da irgendwas. So. Ich habe noch einen Strich an Leben, ey. So, schauen wir mal. Uah. Oh, Freunde, wenn ich das jetzt noch gewinne, ey. Oh Gott, ey. Ich habe übel Schiss. Übel Schiss. Nein, hör auf. Nein, verloren. Fuck, Alter. Knapper Kampf, ähm. Scheiße. GG-Raver-Power. So, machen wir schnell weiter. Denn wir wollen hier natürlich noch... Ich will auf jeden Fall jetzt noch einen Sieg holen. Also man kann ihn besiegen. Er ist nicht wirklich over-pro jetzt. Man kann ihn besiegen. Das ist nochmal klar. Das ist mein Ziel jetzt. Mach ihm Platz, Birke. Man, wie ich diese komischen Anfragen immer hasse. Dass man das nicht ausstellen kann. Ich hoffe, dass es bei Stormfee nicht mehr der Fall ist. Braucht kein Mensch. Die Gegner sind vielleicht ganz gut. Aber wenn man hier so einen Marathon aufnehmen will, dann ist das total beschissen. So. Äh, wie nehme ich denn jetzt? Äh, ich glaube, ich nehme mal Darui. Nehme Haku und ich nehme noch, ähm, den Sushi Kage. Warum auch immer. So, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Wahrscheinlich kommt er jetzt aber mit seinem besten Charakter. Und dann habe ich verschissen. Dann habe ich verschissen. Das ist so ein richtiger Pescha. Pescha, Pescha, Pescha. Pescha, Pescha, Pescha. Wen hat er? Er hat's. Oh nein, Alter. Finde ich auch irgendwie ein bisschen OP, muss ich ehrlich sagen. Äh, das haben wir damals in meinen Streams herausgefunden. Und zwar ist, wenn er seine Kombo, ich glaube die normale Kombo macht, also in keine Richtung. Seine neutrale. Ähm. Und man dann währenddessen einen Tauschball gemacht und sozusagen von hinten dann sprintet, dann landet man sofort wieder drinne bei denen. Das ist wie bei Itachi. Boah. Fast hätte er mich getroffen, ey. Ah. Ja, genau das ist es. Ja, okay, jetzt hat sie mich nicht getroffen. Also mich hat sie zumindest mehrmals getroffen von hinten, wenn ich mich von hinten angegriffen habe. So. Mal gucken. Treffen. Lol, ich habe ihn getroffen. Sehr schön. Das ist so, kann man es natürlich auch machen. Okay. Weiß jetzt nicht, warum er da keinen Tauschball eingesetzt hat. Aber er juckt mich relativ wenig. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gut vorgelegt. Jetzt kommt die Maru flinten. Nix da. Okay. Ich brauche mir doch keine Sorgen machen. Das sollte ich eigentlich hier gewinnen. Oh Mann, Haka. Nix da. Vergiss du, dass ich da Ruhe bin. Und getroffen. Und nochmal. Und weil es so schön war. Ach, scheiße. Hätte ich das jetzt getroffen, dann hätte er auf jeden Fall verloren. So, jetzt kriegst du auf jeden Fall meinen Razor-Sirkus. Okay. Scheiße. Lol. Das kenne ich gar nicht. Klar, also kennen tue ich schon, aber... Oha. Bitte treff irgendwas. So, mal gucken. Recht, sein, Schild. Selbst das nicht. Oh, ich muss aufpassen. So, gewonnen. Ich muss doch nicht mehr aufpassen. Oh Gott. Ich mache mir immer viel zu viele Sorgen, glaube ich. Naja, Freunde. So, das war es auf jeden Fall auch von diesem Part. GG nochmal. Ein Raver-Power war es trotzdem ganz gut. Aber ich war besser in diesem Kampf. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Tö-tö-tö.